hallo und herzlich willkommen ich bin's onkel bogey und du hast probleme stylecraft zu starten wir machen es einfach mal in diesem video kurz du klickst auf starten und das spiel beendet sich automatisch ohne dass du eine fehlermeldung erhältst und selbst eine reparatur der spiel dateien hilft dir nicht dann werde ich dir versuchen hier in diesem video die lösung zu präsentieren diese lösung wird nicht für jeden von euch passen aber wahrscheinlich doch für die meisten and if you only understand english i will show you everything as text okay dann würde ich sagen legen wir mal los so und dafür müssen wir erstmal unser stylecraft installations verzeichnis du weißt nicht wo sich dieses befindet ist kein problem rechtsklick eigenschaften lokale dateien und da sehen wir schon auf laufaktes bei mir installiert bei dir kann es auf c oder auf einem anderen volume sein und wenn ihr auf durchsuchen klickt landet ihr im stylecraft verzeichnis wechselt in den ordner config und hier sehen wir schon die datei um die es geht es ist die leere display datei mit null kilobyte wenn man sie öffnet reinschaut es steht nichts drin von daher wäre es auch unkritisch sie zu löschen ich bin eher ein freund davon eine kopie davon zu machen oder diese datei auszuschneiden wir gehen jetzt einfach mal hin ihr könnt control c control v ich sage jetzt einfach mal hier kopieren rechtsklick einfügen und wir haben eine kopie und dann gehe ich hin und lösche diese datei möchten die datei wirklich in den papierkorb verschieben ja das möchte ich und jetzt versuchen wir stylecraft noch mal erneut zu starten und siehe da stylecraft startet sich wieder ich hoffe dass ihr dieses video geholfen hat wenn ja lass doch gerne ein like da falls du meinem kanal noch nicht folgst auch gerne ein abo von daher wünsche ich dir noch viel spaß in der zone bis dann euer onkel boogie ciao